so hallo willkommen zurück wir wollen uns noch einmal in einem video mit logik und datenbanken beschäftigen und ich werde auch noch ein bisschen zu den grenzen der prädikaten logik sagen in dem fall auch ein bisschen im kontext datenbanken bisschen was dazu hatte ich ja schon erwähnt an anderer stück willkommen zurück also ich war beim letzten mal stehen geblieben in der mitte meiner erklärung zum thema model checking auswertungsproblem für die prädikaten logik hatte gesagt damit da kann man mit einem relativ einfachen algorithmus arbeiten den habe ich hier noch mal zusammengefasst das auswertungsproblem lässt sich also lösen mit ein paar rekursiven aufrufen die man systematisch durchführen kann und dabei eine step first strategie anwenden darf also das heißt man würde jeweils die rekursiven aufrufe ein nacheinander abarbeiten und nicht gleichzeitig oder in irgendeiner weise verzahnt so dass man wenn man den speicherbedarf des algorithmus betrachtet immer nur speicher braucht um ein rekursionspfad bis zu dem grundfall der atome herunter durchzuführen in der formel und diese pfade sind relativ kurz sie sind beschränkt durch die größe der formel weiter kann man nicht rekursiv hier eintauchen und damit können wir mit relativ wenig speicher mit polynomiellem speicher nämlich dieses gesamte verfahren herarbeiten es kann wenn man das so machen würde natürlich trotzdem ziemlich lange dauern bis man sagt weil man hier insbesondere diese völlig unzielgerichtete iteration über alle datenbank elemente verwendet das ist natürlich kein algorithmus den sie so implementieren würden wenn sie eine anfolge beantworten wollen das ist klar das macht man anders so ein algorithmen gibt es zum beispiel zuhauf aber hier für die komplexitäts abschätzung und um einfach mal zu sehen dass es ein lösbares problem ist was nicht allzu schwer ist ist das schon gut genug was wir hier haben und ich hatte wie gesagt erkannt dass das peace base ist in peace base läuft also poinomier viel speicher benötigt wenn man die größe des gesamten inputs also der datenbank der das der formel die bearbeitet wird und der wertzuweisung also dieses kandidatentupels für das ich prüfen will ob die formel gilt ob die datenbank anfrage das liefert wenn man das alles als eingabe betrachtet dann ist bezüglich dieser eingabe der speicher poinomier wenn man dagegen annimmt dass datenbank anfragen nur eine bestimmte größe haben können und nicht beliebig groß werden und man das irgendwie beschränkt dann darf man den teil der die größe der datenbank anfrage betrifft auch als konstant annehmen damit ist auch die rekursionstiefe konstant und dann ist das zeit das speicher verhalten dieses algorithmus nur noch logarithmisch das heißt bezüglich der datenbank hat der algorithmus logarithmisches verhalten und das ist auch wiederum gut datenbanken in der praxis recht groß werden und man also algorithmen sucht die möglichst effizient möglichst gut skalieren in dieser hinsicht man kann sogar noch niedriger kommen bei dem bei der datenkomplexität wie man das nennt diesen zweiten parameter aber das würde jetzt weit führen wie gesagt database theory ist ein kurs den man zu dem thema besuchen kann dann erfährt man noch gut datenkomplexität also noch nicht optimal aber die p space gesamtkomplexität des algorithmus stellt sich tatsächlich als worst case optimal heraus das heißt es ist dass die tatsächliche komplexität des problems und das möchte ich heute noch in diesem video genauer erklären also satz das auswertungsproblem der prädikaten logik ist p space vollständig und eine hälfte dieses satzes haben wir natürlich schon gezeigt ich habe analysiert dass der algorithmus wie ich ihn angebe die das enthalten sein in p space bereits belegt damit haben wir also gezeigt dass es einen p space algorithmus gibt was jetzt noch aussteht ist die schwere wir müssen zeigen dass das ein p space schweres problem ist und das ist etwas was man auf viele arten tun kann aber in der regel wenn wir von p space sprechen dann denken wir zuerst an das typische p space problem so wie man bei np an sat denkt denkt man bei p space an true qbf die quantifizierten burschen formeln die man hier auswerten wollte das hatte ich schon mal besprochen als wir über p space geredet haben als ein typisches problem für diese art von komplexität das heißt also es liegt nahe hier auch an dieser stelle das auswertungsproblem von quantifizierten burschen formeln zu reduzieren auf dieses auswertungsproblem das heißt wir wollen trug qbf lösen mit hilfe ja wenn sie so wollen mit hilfe einer datenbank haben wir wollen ein datenbank management system nehmen und wollen wo wir anfragen stellen dürfen und wir wollen das missbrauchen dieses feature um auf die art trug qbf zu lösen mal sehen ob das gelingt also stellt sich heraus die dieses problem ist gut geeignet es ist nicht immer so dass man p space probleme immer mit trug qbf gut zum erfolg kommt es gibt auch andere fälle aber in diesem fall ist besonders gut geeignet weil wir ja bei dem auswertungsproblem auch eine logische formel als grundlage betrachten und das heißt rein syntaktisch sind wir hier schon ziemlich nah an dem was wir auch in im auswertungsproblem vorfinden wir haben sie erinnern sich in qbf formeln hatten wir ja quantoren die ich hier so mit diesem q bezeichnen also allquantoren oder existenzquantoren die quantifizierten aber nicht so wie in der prädikaten logik über beliebige domänen elemente sondern sie quantifizierten einfach über die wahrheitswerte wahr oder falsch und unterhalb dieser quantoren stand dann eine einzige formel die von diesen propositionen die hier als variablen quantifiziert sind abhängt und von nichts anderem man sagt also es gibt eine belegung für p1 zum beispiel so dass für alle belegungen von p2 als eine belegung von p3 gibt so dass die formel war wird das ist die aussage die so eine qbf macht und wir wollen und das trug qbf problem besteht nun darin dass man entscheidet ob das stimmt oder nicht also ob es tatsächlich so solche belegungen gibt wie hier gefordert okay und dafür müssten wir es jetzt in ein auswertungsproblem der prädikaten logik über einem endlichen modell also einer datenbank instanz übersetzen und das ist tatsächlich ziemlich einfach denn die formel die wir hier auswerten wollen sieht im prinzip fast genauso aus wie die formel die uns als qbf gegeben ist wir wandeln einfach die qbf in prädikaten logik um prädikaten logik kann ja eigentlich nur einfach noch mehr man quantifiziert nicht einfach nur über zwei werte sondern über eine beliebig große anzahl an werden die durch die domäne vorgegeben sind aber es ist natürlich möglich eine domäne so zu wählen dass das so ist dass man am ende nur über zwei werte quantifiziert und das dürfen wir bei auswertungsproblem können wir eine feste datenbank instanz vorgeben wir können also uns aussuchen welche domäne gut geeignet wäre um das gerade schön abzubilden das heißt was wir einfach machen ist wir nehmen eine datenbank instanz i mit der domäne 0 und 1 weil wir ja gerne über zwei wirkliche werte quantifizieren wollen wir können jetzt schon das tun wir können so quantifizieren aber wir müssen natürlich bedenken dass hier in der formel das ist ja eine bursche kombination aus propositionen dass da an der stelle wo die variablen sozusagen stehen p1 bis pn dass das eigentlich eine stelle ist an der wir atome brauchen ja wir brauchen dort etwas was war oder falsch wird nicht etwas was ein domänelement an nimmt selbst wenn wir hier zwei domänelemente haben die also wahrheitswerte darstellen sollen sind das trotzdem immer noch domänelemente die durch terme vielleicht dargestellt werden aber nicht nicht direkt wahrheitswerte die man in der formel somit und und oder et cetera verknüpfen darf damit wir etwas erhalten was ein wahrheitswert direkt hat müssen wir noch atome bilden und dafür verwenden wir einfach ein einziges prädikat was ich nenne true und das ist also im prinzip eine tabelle in dieser datenbank instanz und da soll nur eine einzige spalte vorkommen und in der steht die 1 also 1 ist true 0 ist nicht true was ist das sozusagen aber das brauche ich nicht extra benennen okay also ich habe diese eine tabelle die true nenne und 1 steht darin 0 steht nicht darin und was ich jetzt einfach tun muss ist ich ersetze jede dieser propositionen p1 bis pn durch die aussage true von x1 bis xn also jede variable jedes jede proposition die in der qbf vorkam ist jetzt eine ein prädikaten logisches atom was sich bezieht auf eine variable und die quantoren die bleiben einfach wie sie waren ich quantifiziere genauso wie vorher über positionen quantifiziere ich jetzt über die x1 bis xn nur die art wie ich sie dann verwende damit wirklich ein wahrheitswert daraus wird die ist ein klein bisschen anders weil ich noch mal durch die tabelle hier muss okay also das hier soll die ersetzung darstellen alles haben sie schon verstanden okay alles klar gut und das ist eigentlich alles also ich nehme einfach die diese datenbank instanz mit einer tabelle die eine spalte enthält und zwei domain elemente und die formel ergibt sich direkt aus der gegebenen formel und ist im prinzip genauso groß mit einem kleinen konstanten overhead hier okay und man sieht leicht dass das korrekt ist dass also tatsächlich diese formel hier von diesem dieser interpretation dieser prädikaten logischen erfüllt wird genau dann wenn die qbf auf wahr abgebildet wird das ist also die reduktion und ja die korrektheit ist leicht zu sehen da muss ich nicht mehr viel sagen okay und das zeigt also die p space vollständigkeit weil wir schon vorher wussten dass das ein p space vollständiges und insbesondere p space schweres problem ist so dass wir wissen wenn man ist oder nur mehr auf ein anderes problem reduzieren kann dann muss das andere problem auch mindestens so schwer sein okay das ist allerdings auch interessant also ich meine zum einen natürlich interessant weil der algorithmus den wir für model checking angegeben haben also optimal ist wie schon behauptet habe zum anderen interessant weil uns das auch etwas sagt über die schwierigkeit von model checking und von datenbank abfragen im speziellen ja und insbesondere auch von datenbank anfragen über sehr einfachen und kleinen datenbanken ja also korolla aus diesem beweis kann man das ableiten die beantwortung von sql anfragen ist p space schwer sogar wenn die datenbank nur eine einzige tabelle mit einer einzigen zeile enthält also ich kann selbst auf dem auf der kleinsten datenbanken oder fast kleinsten datenbank die man sich vorstellen kann kann ich schon probleme ausdrücken mit sql die die p space schwer sind und damit komplizierter aufwendiger zu lösen als np vollständige probleme es sind also in hohem maße unpraktisch ja das klingt also erstmal nicht so gut wenn man das hört würde man denken sql ist eine sehr unpraktische herangehensweise ja der schritt zu sql übrigens den habe ich im letzten video gemacht ja daran erinnern sie sich also ich hatte erklärt dass die ausdrucksstärke von prädikaten logischen formeln wenn man sie also als anfrage sprachen betrachtet in dem entspricht was man mit einfachen sql queries auch ausdrücken kann sql hat noch ein paar komplizierter features aber schon mit ganz einfachen anfragen kann man sowas aus was wir aber hier auch sehen ist es kommt nicht am ende auf die datenbank an die muss natürlich irgendwas enthalten also nur eine leere datenbank wird vielleicht zu wenig sein aber sie muss nicht viel enthalten es reicht schon ein einziger wert die echte komplexität steckt hier vor allem in der struktur der anfrage das problem ist also schwer aber es ist schwer bezüglich der komplizierten struktur der anfrage der quantoren verschachtelung der anfrage insbesondere wenn ich hier eine qbf denke wenn hingegen die anfrage fest vorgegeben ist oder in ihrer größe beschränkt ist dann wird das verhalten von der datenbank größe dominiert und das heißt in diesem sinne ist das problem also wir haben eine gute skalierbarkeit bezüglich der daten aber eine eventuell sehr schlechte skalierbarkeit bezüglich der anfrage und das ist vielleicht etwas einsichtsreiches weil man sich überlegen kann ja tatsächlich datenbanken relationale datenbanken sind seit jahrzehnten im praktischen einsatz sie werden überall verwendet aber sie sind auch keine wunderwaffen ja und kein selbstläufer in allen organisationen die größere datenbanken betreiben und auf deren performance angewiesen ist sind gibt es experten die sich damit beschäftigen wie man die datenbank anfragen die dafür beantwortet werden müssen optimieren kann wie man es schaffen kann dass die performance zu steigern von diesem system weil es eben nicht so ist dass das gut geschriebene professionell entwickelte teuer eingekaufte system selbst komplett dazu in der lage wäre sicherzustellen dass die anfragen in einer akzeptablen geschwindigkeit ausgeführt werden und wenn wir dieses ergebnis sehen dann wissen wir auch warum ja weil es ein p space vollständiges problem ist und das inhärent also nicht effizient gelöst werden kann soweit wir wissen also wir gehen davon aus kein algorithmus egal wie ausgeklügelt sie den implementieren ist hier in der lage besser als exponentielle laufzeit zu produzieren in den schlimmen fällen was man versuchen kann ist natürlich die schlimmen fälle so weit zurück zu drängen dass sie sich möglichst wenig mit den praktisch relevanten fällen überlappen und gleichzeitig anwender so aufzuklären dass man dass sie gut bescheid wissen darüber wie man die anfragen schreiben kann damit das system möglichst gut funktioniert aber es ist nichts was was ganz automatisch geht und und nichts was was ohne auch eine gewisse menge an programmierung auch wenn es jetzt in sql ist zu leisten wäre wenn man einmal eine anfrage gut formuliert hat dann kann man allerdings zumindest hoffen dass auch morgen und übermorgen und nächstes jahr noch wenn die datenbank entsprechend gewachsen ist die anfrage mit guter performance zu beantworten sein kann auch das ist natürlich nicht automatisch so ja da gibt es viele gründe warum das nicht vielleicht passieren kann aber grundsätzliche hoffnung darf man haben dass das dann gut skaliert wenn die daten sich erhöhen vergrößern okay ich hatte schon erwähnt es gibt noch niedrigere komplexitätsschranken als l das möchte ich hier nicht weiter diskutieren aber wesentliche erkenntnis man kann das ganze praktisch implementieren na gut das wussten wir schon irgendwie indirekt aus der tatsache heraus dass es praktisch implementiert wurde und an vielen stellen im einsatz ist aber ja man darf sich auch nicht zu viel einbilden auf die praktikabilität dieses ansatzes und es ist auch eine interessante feststellung wenn man manche diskussionen hört darüber dass irgendein np vollständiges problem zu schwer ist für die praxis ja also man muss immer überlegen was genau macht das np vollständig was genau brauche ich in der praxis und ist es wirklich ein problem also oder kann ich vielleicht auch bei einer hohen komplexität unter umständen praktisch sehr gut arbeiten wenn ich nur mit entsprechender vorsicht vorgehe okay das also zum abschluss unseres model checking algorithmus als nächstes möchte ich noch ein paar folien verwenden um noch einmal über ausdrucksstärke jetzt wiederum von prädikaten logik im kontext von datenbank anfragen zu sprechen und dazu möchte ich noch mal zurückkommen zu dieser folie die ich ihnen schon vorher gezeigt hatte nämlich wo ich eine kleine beispiel tabelle habe mit buslinien und haltestellen und verbindungen zwischen denen also im prinzip eine kleine datenbank die informationen über nahverkehrsnetz speichert und ich hatte gesagt diese datenbank mit diesem schema kann man gut relational darstellen und dann auch anfragen darauf beantworten die jeweils auch einer einem ausdruck in relationaler algebra entspricht ja okay also das ist die der kontext und da könnte ich jetzt eine menge anfragen interessant finden zum beispiel kann ich suchen nach haltestellen die helmholtzstraße sind das ist ein bisschen eine seltsame anfrage aber es wird sich gleich ergeben wieso ich damit beginne also ich suche haltestellen die gleich sind zu helmholtzstraße dem helmholtzstraße hatte hier bei mir die id 42 natürlich also das kommt hier aus dieser tabelle das heißt also ich kann so eine anfrage stellen das ist ein bisschen da beziehe ich mich gar nicht auf die datenbank hier verwende ich gleichheit sie erinnern sich gleichheit in der prädikaten logik kann man einführen und wird auch sehr oft in den datenbanken mitverwendet weil gleichheit eine bedeutsame operation ist wenn man joins durchführen will insbesondere natürlich sind auch andere vergleichsoperatoren dann manchmal von bedeutung okay aber ich hatte ja gesagt datentypen wollen wir nicht näher betrachten also ist gleichheit so ziemlich dass das maximum was wir noch benutzen können kleiner gleich oder so über die verlangen dass man irgendeinen datentyp hat der geordnet ist okay das sind also die die haltestellen die helmholtzstraße sind das ist jetzt keine sehr spannende anfrage aber ich kann das jetzt benutzen und deshalb habe ich überhaupt angegeben um haltestellen zu finden die direkt neben helmholtzstraße liegen also haltestellen q1 ist die anfrage bei der ich sage es gibt eine 1x0 und eine 1z linie so dass eine verbindung besteht von x0 zu x1 das ist meine mein ergebnis auf einer bestimmten linie die mich nicht näher interessiert und x0 muss diese q0 erfüllen also muss helmholtzstraße sein ja ich könnte das natürlich viel einfacher formulieren anstatt hier ein x0 als variable einzuführen könnte ich auch einfach 42 hier als konstante eintragen hätte ich auch den anfang gemacht an der stelle okay aber sie sehen dass so auszudrücken hat einen gewissen vorteil denn ich benutze die q hier direkt wieder und behalte damit eine neue und sie ahnen schon wie das weitergeht ich kann jetzt natürlich auch haltestellen suchen die zwei halte von helmholtzstraße entfernt sind also das ist einfach wieder die klar das gleiche schema wie eben plus dass ich jetzt x2 suche die eine verbindung haben zu etwas das einen halt weit weg ist von etwas das helmholtzstraße ist also so kann ich das erweitern kann also zwei halte entfernung messen ich ignoriere hier mehr die tatsache dass man hier hin und her springen kann könnte ich auch wieder bei helmholtzstraße einkommen das ist nicht wirklich zwei halte entfernt aber lassen sie es erstmal so benutzen und damit könnte ich jetzt zum beispiel so etwas definieren wie die haltestellen die man von helmholtzstraße aus mit einem kurz strecken ticket erreichen kann also wo ich mindestens maximal vier halte weit fahren darf das ließe sich dann mit diesem schema so formalisiert okay gut also auf die art kann ich jetzt küs auf diesem schema durchführen und das klingt erstmal ganz plausibel ja eine grafartige datenbank struktur die man so navigieren kann ja und das kann ich jetzt auch in einem praktischen anwendungskontext mir vorstellen dass ich damit was machen dieser spezifische anwendungskontext hat aber auch den naheliegenden anwendungsfall dass man hier gerne herausfinden würde was in diesem nahverkehrsnetzwerk erreichbar ist von einer bestimmten haltestelle aus ja da kommen wir an die grenzen der prädikaten logik wenn wir nämlich fragen wollen wie findet man alle stellen die man von helmholtzstraße aus erreichen kann und da kann man sich jetzt das überlegen was wir gerade gemacht haben als schema ist natürlich schön und gut aber hat immer nur endlich weit schauen können also ich kann sagen 2345 oder 1000 schritte weit von helmholtzstraße aber all das reicht noch nicht für erreichbarkeit allgemein weil wenn ich frage was ist erreichbar dann möchte ich erreichbar bezüglich irgendeiner entfernung so und es stellt sich heraus dass man das mit prädikaten logik nicht ausdrücken kann ja also es ist unmöglich von helmholtzstraße aus erreichbarer haltestellen zu ermitteln mit einer anfrage in der prädikaten logik die intuition dazu ist prädikaten logik kann nur lokale eigenschaften überprüfen also was lokal heißt das kann man sich schon überlegen wenn man die formeln gesehen hat die ich gerade gezeigt habe irgendwie ist alles dort miteinander verknüpft und ich kann eine bestimmte entfernung weit in die in die relationale datenbank reingehen in dem ich in jones hintereinander hänge aber ich kann nicht beliebig weit gehen das heißt also es fängt immer es gibt immer eine gewisse lokalität es gibt immer eine gewisse umgebung in der ich arbeite mit solchen anfragen während erreichbarkeit etwas ist was über beliebig große entfernungen hinweg verbindungen herstellen kann und das geht eben gerade nicht mit prädikaten logik das richtig zu beweisen erfordert noch ein bisschen mehr auszuholen als das was ich jetzt hier machen kann und will aber ich möchte ihn zumindest mal kurz als eine wichtige eigenschaft der prädikaten logik nämlich nennen das sind sogenannte lokalitätssätze also geifmanns lokality theorem ist ein ganz berühmtes dieser art was ich hier als ganz vage behauptung nur wiedergebe damit sie mal eine vorstellung davon haben wie diese art von einschränkungen aussehen kann was steht hier ja ich lese es mal vor für jeden satz f gibt es eine zahl d so dass für beliebige interpretationen i und j gilt also wir haben einen satz gegeben und jetzt da und wir finden für den satz eine zahl und da jetzt gilt für beliebige interpretationen i und j sie dürfen auch vor sich vorstellen beliebige datenbank instanzen i und j erster anstrich wenn man nur zusammenhängende endliche teile von i und j betrachtet die höchsten pfade der länge d enthalten also das bezeichnet man als den durchmesser der du dieser die teile haben also ein durchmesser der kleiner gleich d ist also also und was ein pfad ist das können sich vorstellen ist eine verbindung die irgendwie über über relationen vermittelt wird also bei einem binären grafen ist es klar wie ein pfad aussieht wenn man jetzt hier tabellen hat wo auch mal drei oder vier stellen spalten drin vorkommen dürfen dann kann man sich das so ähnlich vorstellen okay also wenn man nur zusammenhängende endliche teile betrachtet die höchsten pfade der länge d enthalten und wenn sich i und j bezüglich bezüglich dieser d umgebungen nicht unterscheiden und das ist jetzt ein bisschen vage was heißt es sich da nicht zu unterscheiden naja es heißt im prinzip dass die beiden datenbanken bis zu einer um bis zu einem der umgebung der größe d gleich aussehen sollen sie dürfen insgesamt unterschiedlich sein aber man darf diese unterschiede nicht erkennen können wenn man nur kleine umgebungen sich anschaut dann kann man kann auch f die interpretationen nicht unterscheiden also das heißt die erfüllt f genau dann wenn j und erfüllt ja also was bedeutet das dass die zahl die die größe der umgebungen wird vorgegeben vom satz f also für jeden satz f gibt es eine bestimmte größe eine umgebung über die der satz f noch aussagen macht wenn jetzt beliebige interpretationen in diesen umgebungen keine unterschiede aufweisen die irgendwie erkennbar sind dann müssen sie auch die genau gleiche das gleiche verhalten zeigen bezüglich dieses satzes f dann kann f diese beiden datenbanken nicht unterscheiden dann kann ich mit der qi f nicht nicht herausfinden ob ich in datenbank oder datenbank j bin und das ist sind sogenannte locality theoreme die also aussagen darüber machen dass also prädikaten logik nur eine bestimmte lokale reichweite hat das im detail auszuformulieren und auch noch ein bisschen besser zu erklären dass es das ist etwas technischer machen wir auch in datenbank theorie aber ich glaube an der stelle ist es ganz gut wenn man jetzt prädikaten logik das erste mal hört wie in dieser vorlesung dass man das zumindest als eine grundlegende eigenschaft mal mitnimmt das prädikaten logik in ziemlich lokalen charakter hat in dem was sie machen kann das ist in gewisser weise auch verwandt mit dem was ich ihnen schon vorher gesagt hatte dass man in prädikaten logik den transitiven abschluss nicht ausdrücken kann ich kann das hängt ja viel mit erreichbarkeit zusammen der transitiven abschluss das ist also auch eine ein aspekt dieser beschränkung auf eine ganz ähnliche art und weise und das hatte ich ihnen ja noch ein bisschen anders argumentiert an der stelle okay wenn ich jetzt allerdings natürlich praktisch denke und mich frage ja wie will ich dann in datenbanken arbeiten ist also prädikaten logik vielleicht nicht das richtige mittel um dort anfragen zu formulieren oder ja auch sql wahrscheinlich nicht denn sql hat ja die gleichen beschränkungen dann haben sie natürlich recht es gibt tatsächlich viele datenbank anwendungen in denen ich über pfade sprechen will über reichbarkeit sprechen will ja gerade in graf datenbanken die immer mehr bedeutung gewinnen in den letzten jahren ist das ein großes thema wenn ich netzwerke und andere grafstrukturen analysieren will brauche ich das das heißt an der stelle muss ich mir gedanken machen wie kann ich noch stärkere an frage sprachen finden und es stellt sich heraus dass man das problem angehen kann mit hilfe von rekursion ja also solche anfragen kann man auch logisch ausdrücken aber man braucht eine art von rekursion die in der prädikaten logik so nicht verfügbar ist und warum das so ist intuitiv kann ich ihnen zumindest mal am beispiel hier illustrieren das ist im prinzip die rekursive variante von der q0 q1 q2 q3 konstruktion die ich vorher gezeigt habe weil ich kann nämlich sagen eine haltestelle ist von helmholtzstraße aus erreichbar wenn sie entweder die haltestelle helmholtzstraße selbst ist oder sie rekursiv definiert neben einer haltestelle liegt die von helmholtzstraße aus erreichbar ist das ist die rekursion und wenn ich das so ausdrücken könnte dann würde ich das problem lösen können und wir haben gesehen in prädikaten durch kann ich das nicht ja nicht ausdrücken ich kann nicht sagen die von helmholtz ich kann nicht diese qi dessen was von helmholtzstraße aus erreichbar ist schon wieder in der formel selbst benutzen ich kann nur sagen das was von helmholtzstraße in einem schritt oder in zwei schritten oder drei schritten aus erreichbar ist dann komme ich immer einen schritt weiter aber ich kann nicht diesen den fixpunkt dieser rekursion das ender ergebnis hier schon mit in bezug nehmen wie man das in so einer rekursiven definition eben regelmäßig tut in der informatik und der mathematik ohne dass man da ein großes problem mit sieht okay da müssen wir also hin wenn wir solche probleme lösen wollen und dazu will ich beim nächsten mal in der nächsten vorlesung noch ein bisschen was sagen wenn ich ihn über die anfrage sprache datalog erzähle bis dahin tschüss und auf wiedersehen morgens mehr mehr die die